Er kommt nicht hin. Gebt mir Feuer. Er will Feuer. Also, okay. Der Mann will ein Feuer. Ein Feuer. Dummes Ding, das. Oh, ein Wunder. Ein arabisches Wunder, schön. Ein ganz schöner Zwergenarsch bist du, Sack. Oh, ich bin ein arschzwergiger Zwergpopel, jawohl. Ein zwergporzliger Arschpinsel. Und meine Mutter war porzlig als er. Und mein Bruder war so porzlig, den konnte man gar nicht sehen. Und meine Schwester war eigentlich gar nicht da.